Mit dem Laptop des Tages dürfen wir Sie jetzt begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Viele suchen momentan nach einem tollen Zweitgerät, nach einem Erstgerät als Laptop. Sie haben zwar vielleicht meinen stationären Computer bei mir zu Hause, aber so ein Laptop, das wäre ja was Tolles, wenn ich den dann auch mal mitnehmen kann. Einfach ein bisschen flexibler damit bin. Und da habe ich jetzt hier den Reifer meiner Seite. Der hat uns ein schönes Gerät aus dem Hause Hewlett Packard mitgebracht. Also schön, das ist schon mal das erste Kriterium. Der ist wunderschön. Der ist HP, ein HP natürlich, ein Elite-Book. Und hier wunderbar dieses Silber. Es sieht toll aus. Wir haben ein sehr übersichtliches Touchpad hier. Dazu die schwarze Tastatur. Also du siehst, das ist wunderbar angeordnet, sodass man hier klasse arbeiten kann. So, aber wegen Aussehen kaufe ich keinen Rechner. Zumindest machen das die meisten nicht, weil da ist so schön pink oder so schön Silber. Den kaufe ich mir jetzt. Sondern dann wegen der Technik. Und Elite-Book sagt schon, das ist eigentlich ein Elite-Gerät. Und kostet neu, müssen wir jetzt gleich mal sagen, wenn ich den so kaufe, 1499 Euro. Uh, 1500 Euro knapp für so ein Gerät. Klar, es ist Markenqualität aus dem Hause Hewlett Packard. Aber wie ist das möglich, dass wir dieses Gerät jetzt hier zum Sonderpreis von 378,50 Euro anbieten dürfen? Ich meine, unsere Stammzuschauer wissen das. Und unseren neuen erkläre ich es gerne nochmal. Hier reden wir von geprüften Leasing-Rückläufern. Das heißt, große Firmen, wenn die mal ihre ganze Mitarbeiter mit neuen Laptops ausrüsten, dann leasen sie die gerne, weil es steuerlich vorteilhafter ist. Wenn du mal 100, 200, 300 Laptops auf einmal kaufen musst, ist ein Haufen Geld los. Deshalb Leasing. So, nach der Leasing-Zeit, meistens zwei Jahre, kommen diese Rechner aber wieder zurück. Und die jetzt irgendwie abzuschieben, das wäre ja dumm. Ja, die sind ja noch sehr gut. Die sind hervorragend. Die sind ja zwei Jahre wunderbar gelaufen, haben gezeigt, dass sie unglaublich gut funktionieren. Also, jetzt werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Es wird alles aktualisiert, was geht. Und wenn die Rechner wirklich bei allen Prüfschritten hervorragend abgeschnitten haben, dann gehen sie in den Wiederverkauf. Der Vorteil jetzt für dich als Kunde ist ganz, ganz klar, du zahlst nur noch einen Bruchteil des Neupreises. Also hier weit über 1000 Euro weniger als der Originalpreis. Und bei Rechnern ist das noch nicht immer bei allen angekommen. Also bei Autos oder so ist das seit Jahrzehnten gang und gäbe. Da ist es ganz normal, dass man geprüfte Leasing-Rückläufer quasi kauft, Leasingwagen. Aber es ist halt auch bei Technikprodukten möglich. Und gerade bei solchen tollen Laptops, da lohnt sich das so richtig. Sie sehen Ihren Preisvorteil. 378,50 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis für Sie. Und Sie können jetzt direkt bestellen, wenn Sie möchten. Einfach mal eben durchklingeln bei den Kollegen im Callcenter unter der 0180 51 51 3xD2. Oder auch online bestellen unter www.pearl.tv. Immer schnell sein. Denn wir haben immer nur eine begrenzte Stückzahl von diesen tollen Geräten. Gerade dieser hier ist sehr beliebt. Deshalb auch heute im Laptop des Tages. Der ist fantastisch ausgestattet. Richtig. Der hat Ausstattungsmerkmale, die es einem leicht machen. Also erstmal die Größe ist für mich optimal, wenn ich viel mit meinem Laptop unterwegs bin. 14 Zoll. Es gibt auch die 15,6 oder die 17 Zoll. Aber da brauchst du ja riesen Taschen, wenn du die mal mitnehmen willst. Deshalb 14 Zoll. Nicht zu groß, nicht zu klein und vor allem flexibel. Das haben wir hier mit einer unglaublich scharfen Auflösung. Also WXGA ist die Auflösung. Das heißt, das ist schärfer als HD. Also auch wenn ich mal einen Film schaue, habe ich den dann in einer tollen Auflösung auf meinem Laptop. So, jetzt Film schauen ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann das hier drauf. Und zwar ohne Probleme über ein DVD-Laufwerk, das wir hier drin haben. Und nicht nur DVD, sondern auch Daten-CD oder Musik abspielen. Hier nicht nur abspielen, sondern auch gleichzeitig brennen. Aber ein Brenner ist da auch direkt mit schon drin. Ein Brenner ist da auch drin. Und das ist für mich wichtig, wenn ich mal meine Lieblingsmusik wieder brennen will, um im Auto die Musik zu hören. Wir haben noch weitere tolle Merkmale. Und zum Beispiel auch von der Leistung her. Wir haben hier 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist absolut üblich im Moment. Das reicht für jeden anspruchsvollen User. Vor allem gepaart jetzt mit dem i5 Prozessor. Der neuesten Prozessor-Generation, die wir hier also haben, sorgt das dafür, dass alles viel, viel schneller läuft. Und vor allem auch, wenn ich gleichzeitig verschiedene Programme bearbeite oder mit denen arbeite. Normalerweise bei einem Doppelkernprozessor kann es dann sein, dass alle Energie auf eine Arbeit abgezogen wird und die zweite funktioniert nicht mehr. Und hier wird es intelligent auf alle meine Arbeiten, alle meine Programme verteilt, sodass diese wunderbar flüssig laufen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar weiteren Einzelheiten. Wenn wir hier oben mal hinschauen, da sehen wir zum Beispiel auch schon integriert eine Webcam. Das heißt hier auch Videotelefonie. Überhaupt kein Problem. Daneben ist eine Tastaturbeleuchtung. Also auch wenn ich nachts mal hier im Bett mal bei kompletter Dunkelheit am Laptop arbeiten will, sehe ich aufgrund dieses kleinen Lämpchens hier wunderbar die Tastatur, ohne dass ich dann im Blindflug suchen muss. Wo ist denn das A, wo ist das E und so weiter. Also hier perfekt ausgestattet. Ich habe alles, was ich brauche, wenn ich so einen Laptop mir nach Hause hole. Auch wenn ich da vielleicht ein bisschen anspruchsvoller arbeiten möchte. Wie gesagt, Brenner ist mit drin, Laufwerk ist schon mit drin. Das muss man ja bei vielen Laptops heutzutage separat noch mit dazu bestellen. Die haben gar kein Laufwerk mehr. Dann musst du für 80 Euro noch ein externes Laufwerk kaufen. Das ist hier drin. Antivirenscanner übrigens auch. Und da sehen wir jetzt gerade mal das Logo vom Betriebssystem. Das ist hier jetzt Windows 7. Windows 7 ist vorprogrammiert. Aber das ist das Tolle zur Zeit mit der Option auf Windows 10 abzugraden. Also abzudaten. Und dann mache ich aus meinem Betriebssystem Windows 7 ohne Probleme das neueste Windows 10. Wenn ich das denn will. Denn hier habe ich die Entscheidungsfreiheit. Und zwar noch bis Ende Juli diesen Jahres kann ich mich da entscheiden, ob ich kostenlos Windows 10 möchte oder ob ich bei Windows 7 bleibe. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier mit unserem Laptop des Tages. Sie sehen ein hervorragender Preis. Heute für Sie 378,50 Euro. Ein HP Elitebook. Markenqualität als geprüfter Leasingrückläufer dann für Sie zum TV-Sonderpreis. Mit der Bestellnummer, ganz wichtig, die REF 1148 und die 569. Die 569 am Ende brauchen Sie, damit Sie den TV-Sonderpreis bei uns bekommen. Dann einfach schnell durchklingeln bei den Kollegen im Callcenter oder online bestellen. Es besteht ja auch immer die Möglichkeit in drei kleinen Raten zu 0% zu finanzieren. Das ist auch immer ganz interessant, gerade wenn man noch ein bisschen Zubehör kauft. Heute wieder ganz wichtig, unser TV-Sonderpreis. Also hier sehen wir auch die Anschlüsse. Wir haben natürlich die USB-Anschlüsse. Wir haben VGA, wir haben die RJ45, wir haben DisplayPort. Alles ist hier. Alles was man so braucht. Alles was man so braucht. Jetzt aber nochmal TV-Sonderpreis im Katalog. Und da können Sie gerne schauen. Auch online mal kostet dieser Rechner jetzt genau in diesem Moment aktuell 439,90 Euro. Schon das ein unglaublich günstiges Angebot. Immer noch 1000 Euro, über 1000 Euro unterm Neupreis. Aber eben TV-Sonderpreis, da spare ich jetzt heute nochmal richtig. Und so kommen wir auf diesen Sensationspreis von 378,50 Euro. Und ich drehe Ihnen den gerne auch einmal um, damit Sie den auch einmal von hinten gesehen haben. Das ist ja auch wichtig. Man muss sich so ein Gerät ja auch mal schön anschauen, muss es auch mal anfassen. Das mache ich für Sie schmeichelweich. Hier sehen wir schön das Logo. Wunderschön, qualitativ sehr, sehr hochwertig hier gearbeitet, das Gerät. Da merkt man, das ist ein richtiges Markengerät aus dem Hause Hewlett Packard. Was ich an den Geräten sehr zu schätzen weiß, ist einmal hier vorne auch dieses große Touchpad, was hier gegeben ist. Das ist sehr groß im Gegensatz jetzt zu anderen Rechnern, finde ich. Das fällt hier auf. Ist großzügig, kannst du noch ein bisschen besser damit arbeiten. Und zusätzlich hier diese kleinen Extras, zum Beispiel hier oben, habe ich noch was entdeckt. Die Webcam. Richtig, hatten wir vorhin schon erwähnt. Und das ist immer toll, um die Welt noch ein bisschen kleiner zu machen. Weil ich sage das auch immer, früher ist die Familie, die ganze Familie in einem Dorf geblieben. Die sind dort, ich sage mal ganz krass, die sind dort geboren worden und später auch gestorben. Du hast zur Tante, zur Oma, zum Onkel, hast du einen Weg gehabt von maximal 500 Meter oder, wenn es mal weit war, zwei Kilometer. Heutzutage hast du drei Kinder, der eine wohnt in Los Angeles, der zweite in Tokio und der dritte von mir aus in Dubai. Ja, alleine bei uns zu Hause zum Beispiel, wenn man das überlegt. Du kennst es ja besser. Ja, meine Mama ist in Hannover, dann mein einer Bruder in Hamburg, ich hier unten im Süden zwischen Freiburg und Basel, der andere Bruder sitzt in Paderborn. Also dann sieht man sich an Weihnachten, am Geburtstag vielleicht mal und das war es auch. Und so kannst du eben einfach mal zwischendurch per Videotelefonie, also Skype ist da sehr gängig, eine Verbindung herstellen, dann sieht man sich. Man hört sich nicht nur, wie am Telefon, sondern man sieht sich auch. Das auch in einer wirklichen Schärfe mit der WXGA-Auflösung und so wird die Welt allein durch diese Technik immer kleiner. Und ich hole mir eben meine Liebsten nach Hause ins Wohnzimmer oder von mir aus auch ins Büro. Egal wie weit weg und wo auf der Welt sie sich gerade aufhalten. Sie sehen hier ein perfekt ausgestatteter Laptop mit allem, was man braucht. Da müssen Sie nichts mehr dazu kaufen, denn Sie haben die Webcam integriert, Sie haben das tolle Laufwerk sogar mit Brenner hier drin. 4 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und den tollen i5 Prozessor, von dem Ralf uns berichtet hat. Also ein toll ausgestattetes Laptop hier als Laptop des Tages für Sie heute zu einem fantastischen TV-Sonderpreis. 378,50 € mit der Bestellnummer RF 1148 und der 569 kommt er zu Ihnen nach Hause. Viel Spaß!